Hallo, ich bin Bart und möchte Ihnen mal die ganz neuen Produkte von der Range Panclamps zeigen. Wir haben etwas wunderbar entwickelt. Es gibt zwei Varianten jetzt, eine der heisse ich ja Skoda Version, aber da sehen Sie den Porsche, den Porsche von allen Verbindungen, wo Sie ganz größe Kräfte können übernehmen. Die Serie, sage ich mal auf Englisch, heißt Heavy Duty Barlock Vierteldrehverschluss. Warum? Barlock, Sie sehen hier die kleinen Ballen rauskommen. Nur, es ist so, um diese Teile zu betätigen oder zu installieren, brauchen Sie bestimmte Dicke von Ihrer Panelle. Ihre obene Panelle braucht mindestens 6 mm zu sein. Das unterste Panell bei der kleineren Serie, sagen wir mal den Skoda-Variant, ist 10 mm. Obwohl ich sage Skoda, das ist schon eigentlich fast wie Mercedes, diese Variante, weil wenn man dann fließt, bekommt man insgesamt ja 1000 Newton, das ist 100 Kilogramm, dass das eine Panell auf das andere Panell drückt. Wenn ich den großen Varianten nehme, da sehen Sie, dass das untere Panell etwas dicker ist. Der geht bis 13 mm mindestens, dass Sie brauchen. Wenn ich diese zusammenschließe, und es ist eigentlich sehr leicht, um zu bedienen, haben wir hier eine Klemmkraft von 2000 Newton. Also, ich werde gehen für den Porsche. Wenn Sie mehr Infos brauchen, gehen Sie am Internet auf unsere Adresse spanclams.de und da können Sie unser kompletter Katalog runterladen. Danke, Tschüss.